Es wurde 1892 durch Dr. Wolf festgestellt, dass Knorpel aufgebaut werden, dass nicht nur Knorpel, sondern auch Osteoporose, der Knochen, wieder aufgebaut werden kann. Knorpel, Knochen, das sind Strukturen im Körper, die funktionieren biologisch gleich. Also wenn Knorpel, wenn Osteoporose wieder regeneriert werden kann, dann kann es auch der Knorpel. Und wenn es dann heisst, Knorpel ist abgenützt, es läuft Knochen auf Knochen, da ist nichts mehr zu machen, da bin ich natürlich ganz anderer Meinung.